Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play MyCraft. Ja, bis zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen. Oh Mann, Leute. Ja, ich trinke jetzt erst einen Schluck Rappowl. Das hört sich gut an. Ja, weiter geht's jetzt in dem Sinne. Hier noch ein paar Gänge durchsuchen, die wir noch nicht durchsucht haben. Um mir noch ein bisschen Kohle und sowas mitzunehmen. Ja. Ich bin überlegen, was ich als nächstes update, ob ich meine Versuche, meine Spitzhacke noch besser zu machen. Und wieder zwei Diamanten. Wieder aus so einer Truhe gefunden? Ja, eine Lore. Ja, schon komisch, ne? Dann haben wir einen Spinn-Spawner. Äh, Skelett. Okay. Den muss ich erstmal töten. Ich finde es von einer Seite schon komisch, dass es die da drinnen gibt, aber gut. Warum komisch? Ist eigentlich cool. Und Eisen. Wir haben auch gleich so einen Stack Eisen, Alter. Ja. Ist doch froh. Also ich bin über jedes Eisen zur Zeit froh, was wir finden. Ja, weil... Klar. Äh, mir macht das Farmen zwar übelst viel Spaß, aber ich habe auch keinen Bock, jetzt in den nächsten paar Wochen wieder loszugehen für Eisen oder für irgendwas zu farmen. Ja, ne. Ja, weil irgendwann sagt man sich auch, jetzt reicht's. Klar. Ding, 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 ding. Weil man kann euch das ja nicht immer antun, dass wir hier farmen gehen. Gut, ich glaube, die richtigen Minecraft-Fans wissen, dass es einfach dazugehört. Ja. Und dass es gar nicht anders geht. Ja, außer wenn man es wegschneidet oder die Folgen zusammenschneidet. Aber, äh, ich halte davon nicht so viel. Ich mag auch nicht solche Let's Player, die sowas machen. Macht auch keinen Spaß. Wenn du auf einmal das steht, dann kannst du es auch gleich erschieten, finde ich. Ja, es gibt ja viele, die bestimmte Spiele nur spielen oder nur zeigen, wo Action ist. Weiß ich nicht, äh. Sieht da so aus, als wäre er nur Perfektionist wäre und nur der Tollste wäre. Ja, guck mal, ich sterbe nicht einmal in dem Spiel. Genau. Dann guckst du auf insgesamt Tode bei ihm in der Folge und dann siehst du 65.000 Mal, äh. Jo, hat der aber nicht einmal totgespielt. Wenn der jetzt bei Metal auf vorne auch alle 10 zusammenschneiden würde, dann würde das auch übelst episch aussehen. Oh, ja. Das ist jetzt nur so ein Beispiel. Das hat nichts damit zu tun, dass ich die Leute schlecht reden will. Man mag es, ich mag es halt einfach nur nicht, dazu zu schauen. Genau. Ich mag lieber auch mal zu sehen, wie jemand fehlt und dies und jenes, weil es zum Zocken dazugehört. Ein richtiger Zocker stirbt auch. Und lernt auch seine Fehler. Genau. Wie im privaten Leben. Jeder muss mal richtig auf die Schnauze fallen. Kürmiskernen, ja. Wenn man nicht richtig auf die Schnauze gefallen ist einmal, dann lernt man auch nichts. Nee. Ist zumindest meine Meinung. Dem stimme ich voll zu. Wo kommst du denn weg hier, du kleiner Fluss? Upsala, da haben wir jetzt das Falsche genommen. Oh, der Fluss ist trotzdem weg. Äh, so. Na, mit dem Nebel, das ist jetzt gerade ein bisschen nervig wieder für die Aufnahme, finde ich. Aber ich finde, es sieht einfach episch aus. Hallo. Vielleicht hat ja, weil ich ja letztens zu mir gesagt worden ist, öh, warum hab ich denn keins Ding? Vielleicht hat ja einer von euch so einen Skin für Minecraft für mich, der cool aussieht. Hallo. Keine Ahnung, vielleicht hat ja einer von euch sowas. Wenn ihr uns Adventure-Maps schicken wollt oder so, dann müsst ihr einfach nur googeln, wo ihr die Maps hochladen könnt. Äh, so geht es bei uns leider noch nicht. Wir haben kein eigenes E-Mail-Fach für die, für den Let's Play gemacht bis jetzt und dies und jenes. Das müssen wir alles noch einrichten. Wir haben ja auch niemals damit gerechnet, dass man 600 Abonnenten irgendwann mal hat. Nee. Also. Kein Stück. Ja, ein Klappu, das ist voll wenig. Ich gucke dir mal Gronkh an, der hat zwei Millionen. Ja, ich weiß, Leute. Aber darum geht es auch gar nicht. Es geht einfach um diesen ganzen Prinzip. Man hat da nie mit gerechnet. Es sind 600 Leute, die dich gut finden. Ja? Genau. Und das ist einfach das, was einen toll findet in dem Sinne. Und wie viele gibt es davon, die gar keinen YouTube-Account haben, die dich als Favoritenliste gesetzt haben, etc.? Ich glaube, dass Gronkh mit Sicherheit eine Mille mehr hätte. Weil in Deutschland ist das nämlich nicht so wie in Amerika. Ja, komm, ich mach den YouTube-Account. Nee, 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 nee. Die Eltern lassen zwar den Kindern viel zu mit 18er spielen, etc. Aber ihren Namen hergeben, das tun die Deutschen nicht so gerne. Nee. Oder siehst du das anders? Nee, genau so. Also, wir haben ja schon genug Leute, die schreiben, ja, ich hab leider keinen YouTube-Account, etc. Also, ich möchte nicht wissen, wie oft das der Gronkh geschrieben bekommt. Oh. Und jetzt gehen wir hier Risiko ein. Das Opfen war unser Leben für hier so ein bisschen Eisen. Aber auch schon wieder 29 Würfel. Mama Mia, das sieht gar nicht weniger hier. Ach, hier bin ich. Ich seh dich gar nicht mehr. Ich bin wieder da, wo die Enderman-Tour war. Ich geh jetzt in den nächsten Gang. Ah, ja. Lass mich eben kurz zurückkommen. Weil? Vielen Dank. Ach, schon gut. Na, hier ist ja überall noch was, ey. Oh, da ist wieder... Aber hier war der Andi, glaub ich, schon. Hier ist alles ausgeleuchtet. Oder? Ja, mir war er schon an der Kiste dran. Aber ich hatte das Eisen vergessen. Du lause Bub! Dann geht das mit dir hier nicht weiter. Ich brauch ja keinen Aufruf mehr. Mach den Bub mal den aus. Das macht ja keiner. Na ja, die mögen mich halt. Jetzt müsst ihr ihn ausbuhen. Ich geh dich vom Sonnen. Irgendwann machen sie es mal. Ja, wenn sie dich ausbuhen. Boah. Mann. Boah. Jetzt geh ich in den Keller weinen. Und geh die Kohlen putzen, bis sie glänzen. Ja, wenn ihr einen Bruder habt oder so. Ja, dann geht mal irgendwo hin. Kauft ein paar Kohlen. Ja, und wenn der euch so richtig nervt, dann sagt sie ihm, geh in den Keller, die Kohlen putzen, bis sie glänzen. Habt da ganz lange eure Ruhe. Oh ja. Ganz, ganz lange. Ja, Andy, was meinst du, wollen wir uns so langsam auf den Rückweg machen? Ich will dir eben noch mal kurz so einen riesigen Lavasee angucken. Weil ich bin kurz vorm... Platzen. Ja. Also ich hab noch zwei, vier, fünf, sechs Fächer. Und wenn ich noch Steine mitnehmen will... Ich hab noch... Eins, zwei... Zwei Plätze. Wenn ich Diamanten in die Endertruhe packe, noch drei. Ja. Ja, aber wir haben ja gesagt, wir wollen ja noch ein bisschen Stein mitnehmen. Ja. So brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt, aber... Es geht einfach da drum, äh... So langsam gibt mir hier auch ein bisschen der... Ja, immer dieses... Boah, ich hab noch so viel jetzt schon wieder in mir drin an Klamotten. Ja. Ähm... Ja, ist nicht so toll dann, ne? Ne. Ich hab echt keinen Bock, äh... Zu sterben. Also muss ich wirklich sagen. Ja, dann denkst du, ach komm, dann guckst du noch einmal ganz kurz hier in die Ecke. Ja, genau, genau. Neue Höhle. Eisen, Diamanten, Steine, Kohle. Ja, wir sollten uns diese Höhle... Vielleicht solltest du dir die in deinem Tool nochmal marken, Andi. Ja. Ja, ich hab wieder einen Abschnitt in der Mine. Äh, einen Minenabschnitt gefunden, wo wir noch nie waren, hier wieder. Ja. Eben kurz nochmal gucken. Ja, ich warte hier. Aber du siehst mich. Ich weiß auf jeden Fall schon mal, wo ich hinlaufen muss. Warte da, ich bin gleich da. Oh, ich hab hier grad mit Wasser gespielt. Das spielt grad hier nicht gut aus. Plenty, plenty, plenty. Und hier wird's heller. Ne, das ist nur nochmal... Oh. Wo haben wir denn jetzt hier den Stein hingesetzt? Die sind doch schon längst weg, die Steine. Hä? Schluss jetzt hier mit dem Wasser. Ich will den Scheiß jetzt hier nicht mehr. So, weg mit dem. Leck mich am Arsch, Alter. Ich hab den nächsten Minenhöhlenabschnitt gefunden. Ja, das ist mir jetzt egal. Könntest du jetzt bitte nach Hause kommen? Ja. Ich führ einen Enderman. Enderman? Enderman. Ja, Leute. Es soll ja nochmal warm werden morgen, ne? Oh, ja, ja. Oh, ja. Übermorgen. Heute Nacht die Fenster überall aufmachen. Die Wohnung nochmal richtig auskühlen. Gerade hier im Arbeitszimmer. Sonst, ich, äh, habe dann morgen wieder 40 Grad hier drin. Genau. Ist doch schön, oder? Nein, auf gar keinen Fall. So, meine Spitzhacke ist nämlich auch gleich im Arsch. Ich seh dich nicht. Wo bist du denn? Ich bin auch nicht mehr. Hast du geduckt? Ja. Jetzt verstehe ich wieder. Ja, das stimmt auch. Alles so. Bist du über mir, unter mir? Direkt neben dir auf derselben Höhe sogar. Breche mal durch zu dir. Uh, 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 uh. Wahrscheinlich sehen wir ihn nicht, weil hier der Fluss ist. Ja, ich seh ihn. Jetzt müsstest du mich auf jeden Fall schon hören. Ne, das liegt an meiner Musik. So was höre ich nicht. Ich kann dir schon fast auf den Kopf spucken hier. Jetzt höre ich dich. Das rammigst du in meiner Spitzachse schon fast in den Rücken. Ja, da bist du. Jetzt hab ich dich gesehen. Hallo. Hallo, Vega. Wollen wir jetzt nach Hause? Wollen wir nach Hause? Hier ist es so dunkel und grausam. Da unten ist der Enderman. Oh, man. Hä? Wo? Da. Na ja, egal lassen. Ja, könntest du nochmal kurz die Truhe aufstellen? Oh, die hab ich verloren. Oh, den Schlimm, was holt so neue. Der bei mir ist echt voll. Ja, hast du noch Redstone, normales? Nein. Moosstein? Nein. Ja, dann passt das. Ich hab acht Schienen auch noch bei mir, also als normal im Inventar. Zwei Sättel sind in meinem Inventar oben. Ja. Ich hab nur Kohle, Eisenerz. Ja, ich hab eins, zwei, drei, vier, fünf, fünf. Oh, da könnten wir nochmal aufstocken hier. Eisenerz, Kohle ohne Ende. Ja. Ich hab hier Quäbbeln. Ja, gut. Mein Gott, das lassen wir jetzt. Schmeißen wir lieber das Eisenerz rein. Das. Ah, scheißegal, Leute. Ich hab auch noch viel. Brauchst du Brot noch? Nein, wir gehen jetzt eh nach Hause. Ja, gut. Hätte ja sein können, dass du es haben willst oder das du brauchst. So, wo bist du? Da. Ja. Ab geht's nach Hause. Ab nach Hause. Durchs Wasser. Ja, die. Baut da gleich oben eine Plattform. Kannst du mal Licht unterwegs anmachen? Ja, gleich oben. Ah, ich hab grad. Die Leute sehen gar nichts sonst. Ja. Oh. Ja. Da sind wir. Und jetzt? Jetzt budddle ich mich eben hier hoch. Okay. Ich baue Fackeln unterwegs. Jo, das wäre super. Jo. Ja, ab nach Hause, Leute. Wir sehen schon Tageslicht hier. Ist es dein Tag? Ich will es hoffen. Jeden Schritt nach oben wird es irgendwie heller bei mir. Was sieht denn der Fackel? Das könnte natürlich auch sein, aber da haben wir den Boden. So. Nee. Juhu. Die Sonne geht auf. Der Mond geht nämlich gerade unter. Wunderbar. Da haben wir Sonnenaufgang und können direkt nach Hause latschen. Wollte ich gerade sagen. Und wir sagen schon wieder Schaui Laui. Bis zur nächsten Folge. Hallo, mein kleiner Freund. Vor euch habe ich keine Angst mehr. Ich schaffe nämlich mit meinem Silberschwert ganz schnell drei Schläge und ihr seid tot. Ja, bis zur nächsten Folge. Morgen werdet ihr die Folge sehen, wo wir nach Hause gehen. Genau. Äh, der Andi hat ja hier diese Creeper, diese Map da drauf. Wir wissen, wo wir lang müssen. Und dann, ja. Bis zur nächsten Folge. Ciao, Eloi. Genau. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.